Ist Honcho angekommen? Ja. Ist auch seine Ladung angekommen? Ja, hat er gesagt. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Hat es auch jemand geprüft? Nein, ich denke nicht. Du denkst nicht. Ja, das merkt man. Tut mir leid. Wie lange ist er schon da? Ein paar Stunden. Und es ist keine offizielle Bestätigung eingegangen? Nein. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Tut mir leid, ich hab morgen einen Friseurtermin. Was? Dann sieht es wieder besser aus. Bist du denn komplett dämlich? Nein, ich denke nicht. Ja, hast du eh schon gesagt. Dass du nicht denkst, merkt man. Ich frage euch nur warum. Ich weiß es nicht. Ja, das ist richtig. Du weißt es nicht. Ja, so ist das. So ist das, sagst du? Nein, so ist das, sag ich. Nicht so ist das. Hab ich doch gesagt. Echt? Hast du nicht gerade so ist das gesagt? Ja, genau. Das hab ich aber nicht gesagt. Hast du nicht? Nee, ich hab so ist das gesagt. Hab ich doch auch. Nein, du hast gerade gesagt, du hättest so ist das gesagt. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich will wissen, was du gesagt hast. Das willst du wissen? Ja. So wie Bruce Willis? Nein, nicht wie Bruce. Ach so, tja. Ja, tja, tja, ja. Ist jetzt egal. Ruf mal da an. Wenn es keiner macht, muss ich da hin. Wie immer. Wie immer? Ja. Passiert sowas öfter? Ja, so ähnlich, lol. Aha, lol. Ja, ja, lol. Okay. Ich hoffe, dass ihr alle meine los musst. Okay. Okay. Schönen Tag wünsche ich ihr noch. Dann gleich fahrts.